Okay. Die Kopfform lasse ich erst mal. Wow, es gibt ja schon mal ne riesige Auswahl an Augen. Ich nehm einfach mal die chinesischsten Augen. Okay, die. Ich hab keine Ahnung, wie sein Mund aussieht. Ja, so sah er aus. Genau so. Wie sieht er denn aus? Seine Augen sind ziemlich... Ja, ich glaub, die Augen, die passen schon. Ja, Bart hatte eher keinen. Er hatte so ein Milch-Bubi-Face, das weiß ich genau. So. Ja, die Haare stimmen auf jeden Fall. Scheiß drauf. Ja. Wow. We're gonna get this picture out to all the airports, trains and bus stations and to all of our patrolmen. If this guy is still in New York, we're gonna find him. And go buy yourself a video game. Oh, smoother Spruch, smoother Spruch. Wie sieht Lukas denn aus? Er sieht doch so aus. Ein bisschen Chinesischer vielleicht. Ich glaub, er ist kaputt. Was kommt zu der Magersucht auch noch? Dings dazu. So, jetzt super realistisches Gitarrenspiel. Musik 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 Amen. Jetzt wird es langsam langweilig. Endlich. Ich will noch ein bisschen Blues spielen. Das Groove. Ich will noch ein bisschen Blues spielen. Deine Butter fällt. Ich will noch ein bisschen Blues spielen. 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 Du bist so toll, Lucas. So. Krittensaft. So. Wir wollen ja Strom sperren. So. Ich will noch mal Nachrichten anhören. Stimmung minus 3000. Ah. Ernährung. Die Milchstüte müsste ja auch bald leer sein. Jetzt noch die Schlaftabletten dazu. Dann ist alles in Ordnung. Jetzt rennt doch richtig gegen die Wand. Das wäre doch voll witzig. Oder wenn jetzt rausgefallen wäre. Lass ihn mal Fernsehen schauen. Oh. 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 Das fixed 부els dagegenichte. Oh. 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 A report on the weather, with a new snow front moving down from Canada. Wie ihm das Wetter nicht interessiert. Ich hätte ja gerne ein bisschen mehr Reaktionen gesehen zu seinem Phantombild. Das wäre auch mal witzig gewesen. Hat er sein Bett schon neu bezogen? Oh ja, hat er. Und das ist der Ende meiner Geschichte. Ich verabschiede Alkohol und Medikation. Und ich verabschiede mich. Ein Suizid-Hart-Akzident war die Unterschiede. Ich werde nie wissen, was mit mir in dem Diner auf einer kaltes Nacht passiert. Denn in den Augen der Welt war ich nur ein Mörderer. Wow! Wow! Das ging aber schnell. Dann habe ich jetzt schon TV geschaut. Ein Mann fuhr direkt ins Wasser im Zentralpark, um ein Kind zu retten zu retten. Nach Gitarre gespielt habe ich dann wahrscheinlich auch noch nicht. Habe ich dann jetzt schon getrunken? Nee, hab ich... Oh, so'n Scheiß! Egal, das mache ich jetzt nicht nochmal. Die Medikamente nehme ich dann lieber nicht. Vielleicht muss er noch ein bisschen am PC chillen, bevor es weiter geht. ... ... betrunkenen Internet-Surfen. Gibt anscheinend nichts Neues. Außer, dass New York eine verdammt laute Stadt ist. Wo ist denn Fenster überhaupt wieder offen? Okay, duschen kann er nicht. Hände waschen kann er ja wohl. Und sich anschauen. Hat es gar nicht an der Tür geklopft, oder bin ich nur... ... da geht die Depression gleich weg, wenn man mal kurz pissen geht. Da geht die Depression gleich weg, wenn man mal kurz pissen geht. ... oder? ... ... ... ... ... ... ... ... ... Oh, man. Ah, so tolle Musik Lest doch noch ein bisschen Nietzsche Ding Dong Nee, wahrscheinlich hat er jetzt erstmal voll den Krankenhäuptraum Oder auch nicht Ist ja langweilig Wer hat das Radio ausgemacht? Hi Hi I came to pick up my stuff I Hi